Was hat denn die Kleine jetzt hier rumgeschraubt? Das aussieht, hat sie alles richtig gemacht. Aber sie lernt ja vom Meister, ne? Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Bisschen heiß hier. Diese Woche kommt kein DIY-Projekt raus, sondern das gewünschte Out-Tag-Video. Ich habe mal so zwei, drei Videos der letzten Wochen, kann man sagen, zusammengeschnitten. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Was hast du da abgeschraubt jetzt? Nein, nein, das habe ich nur so eine unnötige Schraube. Okay. Habe ich dann wieder festgedreht, also geht gut. Na? Nein. Das ist ganz schön gut aus heute. Heute? Nein, jeden Tag. Wollen wir ölen? Schmier mal noch eine Runde. Sag mal mit dem Handwerk. Was hast du denn da? Ich würde auch mal ein bisschen rumschrauben. Du hast doch hier diese... Willst du anfangen? Nein. Was sagen wir jetzt, Kumpel? Also. Sie freut sich wieder bei mir zu sein. Wir sind hier nicht bei deinen Chevy-Möbeln, die du hier verhunzen kannst. Hast du gehört? Ja. Habt ihr das gesehen? Ich wollte das mal ausprobieren, du hast doch diese coolen Knarren. Nichts, aber ich kann bei mir noch eins. Da ist sie. Mach das jetzt ordentlich. Natürlich kaufe ich jetzt keinen Fernseher für die 50... Oh nein! Nein! Stimmt, lässt du die Tür auf! Jetzt ist eine Stellung! Wer ist hingeflogen? Nein! Wer ist kurz durchs Video gehüpft? Mal gucken, ob ihr... Wer war da? Das nächste Mal musst du mir die Tür auflassen, so furchtet. Wollen wir das kurz machen? Warte. Ich habe mich tot. Okay, komm. So, hallo, junge Dame. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Ich muss dir sagen, für die besondere... Für was? Für Spaß haben? Das macht mir Spaß. Das macht mir Spaß haben. Ich baue dir ein Schloss aus Sand. Aus Bad. Sassen mal. Reicht mir die Hand, ich baue dir ein Schloss aus Sand. Aha. Oder aus Wand. Heute... Alles klar? Ja. Wollen wir Lust legen? Ja. Bis gleich. Mama geht's richtig. Wir hätten schon dreimal den blöden Anfang haben. Da ist ein Muttersprenger. Haben die Zuschauer gesagt... Das sprengt er nicht. Komm, wir gehen. So, das wollen wir da aufschlagen, anbringen. Und vorweg... Oh! Warum kriege ich wieder so viele Schläge? Ich mach doch nie was. Doch! Was denn? Hab ich dich jemals am Arsch angefasst oder irgendwo berührt, wo du es nicht wolltest? Ah, was soll denn das? Wo schlägt sie mich schon wieder? Warum? 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 Oh! Weil... Hallo und herzlich willkommen bei diesem neuen... Kannst du echt warum? Halt! Halt! Kann so nicht arbeiten! Ich wurde hier zu einem Verhör eingeladen. Genau. Mach die Zunge dabei raus. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du... Nee. Nein, das... Achso. Mäh. Mäh? Mäh! 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 Du sagst dann Tschüss, ja? Was ich sage, wenn wir los sind, dann sagst du... Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Mäh! Wir sehen uns nächsten Freitag wieder bei uns nur. Na, komm wieder! Nö! Ich mach hier schon mal ein paar Süßigkeiten auf. Es ist echt kalt, ne? Ja. Wollen wir nicht drinnen drehen? Keine Ahnung.